Hallo und herzlich Willkommen zu Rauchende Calls. Die Beleuchtende Brüder hatten ein technisches Problem. Uns wurde gesagt, dass wir keinen Festplatz aufnehmen hätten. Oh, ich musste den Ton ausmachen. Ich hab's geschafft. Dabei haben wir noch 5, laut eigener Aussage des Programms, 5 Tage lang können wir noch aufnehmen. Das haben wir auch vor. Jetzt? Also von jetzt an die Beleuchtung? Oh! Das ist eine Musikklasse dafür. Ok, komm du zur Pfade? Hey, du weißt, du Mann! Was ist los? Wo kommt ihr hin? Hm... Vom Mond! Da fangen wir auch wieder hin! Ich sehe wie deiner Kleidung. Es geht los. das ist nicht klar und total bei kinder autos das ist der weihnachtsmann das ist der weihnachtsmann! der ist noch nicht nackt, das heißt er hat noch mehr, aber gibt nichts mehr! doch die erste sender! ich bin abgeschossen! das ist alles sehr gut gemacht! bunga bunga! sie freuen sich aber auch immer ein bisschen! da hinten ist ein einiger, aber da geht es auch zum level! da wollen wir den nicht mehr langweihnachten! ach so, hier waren wir auch schon! ich verstehe die map irgendwie nicht! ab in die kanalisation! kanalisation! wenn ihr die kanalisation! das ist ja ein bisschen wie bei zombies! ja! siehst du das jetzt? ja das da oben müssen wir hin! ich will da hin! da waren wir noch schon! wir haben schon über 1000 meter gebaut! die zeitstehe! hier! holen wir den hinterher! ganz gut übersetzt! willkommen bei der People Company Corporation! People Company Corporation! okay! hier was? die Wefabriegel und die Wattenspern auf die Kakteen zu schleudern! kakteen! bunga bunga! ich bin nicht bunga in der Hoverhund! man kann auf den Hoverhund abschießen! und Bingo war sein Name! B-I-N-G-O! 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 und Bingo was his name O! Das ist richtig schlecht im Englischen! da kommen sie nur mit den Silben nicht hin und sie sagen wirklich was his name O! Schlecht! Schlecht! Ah! Ich dachte sonst alles auf Englischen mal viel besser aus! Das nicht! Vielleicht ist es in ursprünglichkeit ein deutsches Lied! Wie geht es dir fängt denn das nochmal an? There was a farmer, had a dog and Bingo was his name O! Ach, Wolf? Ich kenn es nicht! Ja, war echt viel Spaß denn dann! Die sind ganz cool! Oh! Da piepelt's Kopfhörig! Hoppla! Wir wollen dich mit diesem Wasserspender abflaten! Nur von der Läxtruder! Was? Meine Frau ist schwanger! Du bist doch meine Frau ist fast schwanger! Du bist doch meine Frau ist fast schwanger! Weil wir 0 von 6 von den Männern, die oben sind, schon erledigt haben! Aber ich wollte noch nicht da durch, weil wir oben noch nicht alles haben! 1 von 6! 1 von 6! Das ist mein Mann! 1 von 16! 1 von 5! I got love in my tummy! 2 von 7! 2 von 6! 1 von 12! 3 von 6! Uff! 2 von 15! Was ist das für mich? Ich wusste nicht, ich dachte, dieses mit diesem Einkaufswagen ist für so ein kleiner Teil des Spiels. Hab' mir auch gedacht. Da spielst du den Charakter sie überzeugen. Ach, das geht gut. Ich bin gleich da, Chef! Ich wusste nicht. Was ist das für mich? Offenbarlich auf den Klima-Reit bestellt. Soll ich es doch so sagen. Offenbarlich auf den Klima-Reit bestellt. Jetzt kann man nicht zöger in diesem Bereich, ne? Ne. Aber das wäre besonders schwierig zu sehen. Manchmal wird mein Feder lila. Ich weiß nicht genau warum. Also ich weiß das ja ab und zu. Achso, wenn man da nämlich was einsammeln oder was. Okay. Vielleicht. Manchmal ist er rot. Das ist, was ich dann aufgeladen habe. Ja. Sie können jetzt eine Nachricht hinterlassen. Ja. Glaube ich auch. Wir haben das ja auch derbe vermarktet, die ganze Scheiß. Es gibt ja irgendwie Actionfiguren und Püschtiere und ich weiß gar nicht warum. Ich geh gleich nochmal zurück. Ich wollte erstmal hier die Daumen halten. Es macht nichts, dass wir dich ausgenommen haben. Es ist eh alles nur schlechter von dir. Es ist sehr befriedigend, dass man so derbe viel einsammelt. Aber auch diese Zahl unten so geil hochstark. Warum sind wir denn jetzt wieder hier hinten? Luten und Mary. Man hat gar nicht alles gesammelt. Tote Schreie. Tote Schreie in der Unterhauung. Das war doch ein neuer Film von Bolton und Dietrich. Ich kannte in seinen persönlichen Hits wie der Name des Winter. Geht schnell! Da ist Produktivitätsgrund. Wow! Und natürlich, unvergessen, morgen ist auch noch ein Tag. Ja, geht's hier weiter. Weiter, ist hoch da! Das ist ja hoch. Das klingt gut. Das ist fast so. Das ist ja hoch. Oh! Und wir sind jetzt 0? Okay, wir haben ja gar nicht abgeladen, ne? Ach. Vielleicht nicht Adios, aber das meiste doch. Äh! Äh! Wir sind in einem Bereich ohne Aufenthaltsbeschränkung. Genießen Sie Ihre Arbeit! Äh! 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 Die Sonne kommt. Ja, mit bedrohlichem... Dra... 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 Mit bedrohlichem Sonnenschein-Grad. Auf dem Fernseher zu. Sebastian Vettel hat heute gewonnen, haben wir gesehen. Hallo! Ich bin unterwegs! Ja, wir müssen ja dann jetzt reinziehen, da kommt so eine Trommel 1 zu spielen. Also... Die Aufenthaltszeit in diesem Bereich beschränkt. Ja, wenn wir jetzt nicht so ruhig machen, die sich an die Lieder entlassen. Aber... Jetzt könnte man ja auch schon mal denken, dass ich in der Formel 1 stand bin. Was ja auch nicht ganz wahr ist. Nicht mal halb. Bei den Viertel... Ja... Viertel... Hader... Du... Detail! Wie hast du Zeit mit denn denn? Ja... Ich muss mich sagen, ich hatte auch gar nicht gesehen. Das ist doch die ganze Zeit in diesem Bereich. Ja, aber... Bin unterwegs! Die ist aber auch ganz schön knapp dran. Kann es mir gar nicht leisten, wie viel kürzer ein Vieh zu brauchen. Was ist denn Arbeit drauf? Absolut. Respekt the man in the ice cream van. Fahr! Ich fahr doch! Schneller! Ne, in den Kacko! 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 Da ist doch der Kacko! Da ist doch der Kacko! Er hat ihn ausgezogen! Oh, wunderschön! Ist ja egal! Nein, die haben wir sofort schon... Wo ist denn die Dienstplakette so klein? Was ist das? Oh! Da hast du jetzt die Frau drin drin. Oh, ich frage mich mal, ich frage mich mal, ob du den Kopf hast. Aber wir werden den Boss doch drücken. Da hat nicht viel Zeit, da hat viel zu tun. Ja! Da hattet man an die Mauer rein. So ein Gewicht am Sack. Ich glaube diesmal waren wir nicht hier an den Kopf. Ganz erfolgreich. Ne, aber wir hatten auch Zeit zurück. Ja, aber alle vier Geschenke. Ja, weißt du, das ist wirklich auch für jeden Abschnitt des Kloes ein, oder? Ja. Ja, hoffentlich verbraucht sich das Spiel und sieht nicht gleich. Ich fürchte, das ist ein paar Verkaufsprobleme nicht gut sein. Auch ein bisschen anstrengend. Ja, wir machen noch ein Video. Einen noch? Ja. Und dann muss bald Secret of Mana zeigen. Ja. 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 Ja, wir machen jetzt so viel mehr. Ja. 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 Die sind aber unverändert motiviert. Ja. Ja, das kann man so sagen. Die müsste auch müde sein, wenn sie so einen Aufwand betreiben und schlafen gehen zu können. Dann sieht die das aber nicht an. Saugerhausen in den Liefermedien. Trechen. In den Linken. Und weiter umwandeln. Jetzt kannst du mit vielen verschiedenen Werkzeugen die Form deines Hasens verändern. Ich finde das wirklich ganz toll. Zeig mir her. Ich höre immer den Kopf in den Schraubstoff. So lieber? Oder lieber so? Ich finde alles ganz gut. Ich finde es vielleicht besser. Ohr oder Auge? Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich es absaugen? Kannst du es mit Katzen lassen? Ohr oder Auge? 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 Na. Ich will nicht so normal sein. Tattoos. Bastelschunde mit den beleuchteten Guldern. Ich finde das auch gerade tatsächlich so entspannt. Haben wir gerade eben eine Pause gemacht? Nee, nur angekündigt. Achso. In der Bastelschunde geht es gleich weiter. Mal sehen.